Guten Morgen, es ist 1.55 Uhr. Sonntag, früh. Jetzt kommt mal ein bisschen unbegewöhnliches Video. Aber ich habe den Vormittag abgekotzt, als ich mit meinem Taxi durch Cottbus gefahren bin. Mitten in der Innenstadt hat jemand wieder einen E-Mail überfahren. Und da wollte ich jetzt 1.55 Uhr, kam ich gerade da vorbei mit dem Fahrgast und wollte kurz mal anhalten. Ich wollte klar sagen, ich hasse diese Leute, die das machen. Und was war davor? Der kleine Schnuppimutz, der war genau, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich mache jetzt wieder eine Futterstelle bei mir zu Hause, klar. Ich habe ja 13 Stück. Da setze ich ihn rein und kann er hier weiterleben. Wartet mal, da ist er. Hier ist er. So, Kilo wird er knapp haben. Besondes Tierchen. Er kriegt jetzt richtig schön was zu fressen. Der Rest ist ja bloß ein kurzes Video, aber das soll ich nur kurz auch nicht machen. Er kriegt ja viel Kalbfutter. Und dann kann er weiterlaufen. Abonnieren, liken, teilen. Wir haben ihn unterstützen wollte, dass ihr vielleicht mir das Katzenfutter leisten kann für die Igel. Unten in der Infobox. Danke, tschüss. Tschüss. So. Auf geht's? Da ist er. Futterstelle. 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 So. Komm ups. Ab geht's. Guck rein. Futterstelle. Futterstelle. Das sind wir nicht. Nein, wird schon. So, zudecken. Das wird ja immer noch. So. Da ist er. Gute Nacht.